Hast du dich auch schon gefragt, welche Karriere- und Entwicklungsmöglichkeiten für dich in der Pflege bestehen? Dass Pflegeberufe keine Einbahnstraße sind, zeigt uns Martina Scherle aus dem Zapanhofer. Nicht nur der Fachträftemangel, sondern auch die fehlenden Informationen über Weiterentwicklungs- und Karrieremöglichkeiten in der Pflege haben dazu geführt, dass eigentlich vielen Menschen gar nicht bewusst ist, was man in der Pflege überhaupt bewirken kann und welche Karrierewege man in der Pflege gehen kann. Martina, kannst du uns ein bisschen mehr dazu berichten? Ja, da kann man sehr viel zu berichten. Also erstmal ist es ja so, dass der Pflegeberuf gar nicht mit der Ausbildung beginnt, sondern viele Menschen landen ja als Zweit- oder Drittberuf als zum Beispiel Helfer in Pflegeeinrichtungen im Pflegebereich und dürfen erstmal so auch schnuppern und die Tätigkeit Pflege kennenlernen. Und vielen ist tatsächlich nicht bekannt, dass man sich aus der Position heraus wirklich wunderbar weiterentwickeln kann. Ich weiß nicht, zum Beispiel die Ausbildung zur Pflegefachkraft dann. Und da haben wir ja auch verschiedene Bereiche. Im Krankenhaus, Gesundheits- und Krankenpfleger war von früher bekannt. Jetzt kamen die neuen Ausbildungswege über die Generalistik, dass es eben Pflegefachmann und Pflegefachfrau heißt. Das klingt ja schon auch tatsächlich professionell und darauf ausbauend können sich Pflegekräfte tatsächlich weiterentwickeln, ja. Das klingt gut. Das heißt, als Pflegehelfer kann ich als ungelernte Kraft erstmal schon in die Pflege einsteigen und habe dann als Pflegefachkraft zum Beispiel weitere Möglichkeiten. Aber gibt es auch noch andere Möglichkeiten als Pflegehelfer? Genau. Also es gibt tatsächlich auch Einrichtungen für Pflegehelfer, die sagen, ich möchte mich nicht zur Fachkraft weiterbilden, die tatsächlich auch die Möglichkeit haben, je nach Unternehmen sich vielleicht intern auch zusätzlich Verantwortung zu übernehmen. Ich sage mal, wie zum Beispiel so ein Hygienebeauftragter oder Beauftragter für Inkontinenzversorgung, also für gewisse Schwerpunkte, also auch hausintern da vielleicht besondere Positionen übernehmen zu können, ohne gleich eine fachpflegerische Ausbildung machen zu müssen. Oder es gibt auch tatsächlich die Möglichkeit, sich als Vorstufe, um sich einfach mehr Wissen anzueignen, auch als Assistent oder Assistentin in der Pflege tatsächlich ausbilden zu lassen. Das ist dann vom Umfang her weniger, die Pflegeassistenz als zum Beispiel die Ausbildung zum Pflegefachmann oder zur Pflegefachfrau, die ja dann wirklich über drei Jahre geht. Spannend. Und wenn wir jetzt den Weg weitergehen und ich die Ausbildung zur Pflegefachkraft abgeschlossen habe beziehungsweise zur Pflegefachfrau, Pflegefachmann, wie könnte es da für mich weitergehen? Ganz spannend in ganz viele Richtungen tatsächlich. Also es ist immer zu empfehlen, dass derjenige erstmal ein bisschen Berufserfahrung sammelt, damit er auch in sich hineinhorchen kann. Tatsächlich, wo liegen denn meine, wo ist meine Leidenschaft, wo sind meine Stärken, meine Potenziale, um dann zu schauen, in welche Richtung möchte ich gehen. Es gibt die Möglichkeit, sich im fachlichen Bereich zum Pflegeexperten auf verschiedenen Gebieten weiterzubilden. Es gibt aber auch zum Beispiel die Möglichkeit, im Bereich Organisation, da gehört sowas wie Qualitätsmanagement dazu, oder eben auch im Bereich, im höchsten Fall Management, also auch Führungsaufgaben zu übernehmen, zum Beispiel als Wohnbereichsleitung oder Pflegedienstleitung, da entsprechende Weiterbildung zu machen. Das klingt wirklich nach ganz vielfältigen, unterschiedlichen fachlichen Entwicklungsmöglichkeiten. Was ist denn, wenn ich mehr in die Führungsebene gehen möchte? Was gibt es da für Möglichkeiten für mich? Da gibt es tatsächlich auch ganz viele Möglichkeiten. Das ist natürlich in der Pflege, wenn wir das Gesamte betrachten, im Krankenhaus und im Altenpflegeheim oder Pflegedienst, von den Positionen her ein bisschen verschieden. Aber man kann eben sagen, ob das die Stationsleitung im Krankenhaus ist oder die Wohnbereichsleitung im Altenpflegeheim oder eben auch vielleicht die Bereichsleitung in einem ambulanten Pflegedienst, die für ein bestimmtes Team zuständig ist, hat man die Möglichkeit, verschiedene Weiterbildungsstufen zu durchlaufen als Pflegefachkraft, um sich zum Beispiel dann schlussendlich bis zur PDL, also Pflegemanagement, Führung in der Pflege, hochzuarbeiten. Und die Bezeichnung, wenn man jetzt sagt, welche Weiterbildungen wären denn da interessant, wären dann zum Beispiel die verantwortliche Pflegefachkraft oder auch Wohnbereichsleitung. Die hat einen Umfang von 460 Unterrichtsstunden. Einfach mal als Beispiel, da ist eine Planung berufsbegleitend ungefähr ein Jahr, dass man sich einplant, um sich da weiterzuentwickeln und dann eben auch in der Praxis schon Führung schnuppern oder erlernen zu können. Bis hin zur Fachkraft für Leitungsaufgaben in der Pflege. Das sind dann die Menschen, die auch tatsächlich ambulant sowieso, aber auch in der stationären Altenhilfe, dann eben auch tatsächlich schon die Position der Pflegedienstleitung besetzen könnten, wo man immer noch mal ein bisschen schaut, wie groß ist auch das Haus zum Beispiel vom Verantwortungsbereich. Darauf aufbauend besteht aber auch tatsächlich die Möglichkeit, das bieten auch wir bei uns im Unternehmen an, sich noch zur Heimleitung zu qualifizieren. Also wenn man sagt, ich möchte über den Bereich Pflege und Führung von Pflege hinaus, habe ich ja auch noch eine betriebswirtschaftliche Verantwortung oder auch mehr vergleichbar vielleicht schon mit einer geschäftsführerischen Tätigkeit. Und das sind dann so diese Schwerpunkte, die dann eben der Heimleiter innehat. Und auch bis in die Richtung kann es gehen, wenn man nicht sogar sich langfristig auch noch überlegt, berufsbegleitend oder auch vielleicht tatsächlich in Vollzeit der eine oder andere auch noch Studiengänge zu belegen. Und neben dem Praxisanleiter, was gibt es da dann noch für Entwicklungsmöglichkeiten? Du hattest ja verschiedene Fachbereiche schon angesprochen. Also Pflege beinhaltet ja ganz viele Schwerpunkte. Und da haben wir zum Beispiel den Bereich der Wundversorgung. Das finden viele sehr, sehr spannend. Und da kann man sich zum Beispiel zum Wundexperten oder auch darauf gibt es auch noch Aufbaumöglichkeiten weiterbilden. Der Wundexperte, da arbeiten wir vom ZAP zum Beispiel auch mit der Initiative Chronische Wunden und im TÜV Rheinland zusammen. Das ist also auch ein zertifizierter, hochanspruchsvoller Lehrgang. Und da werden dann Pflegefachkräfte zum Beispiel zu Experten im Bereich Wundmanagement und können das Wissen auch mit ins Unternehmen tragen und auch an ihre Kollegen zum Beispiel weitergeben und besondere Aufgaben übernehmen. Das wäre so der Bereich Wundmanagement. Es gibt aber zum Beispiel auch aktuell auch ein wichtiges Thema, den Bereich Palliativcare. Ja, also gerade in der Altenpflege sind wir mit dem Bereich auch natürlich Tod und Sterben betroffen. Wir begleiten die Menschen auf dem Weg, auf dem auch tatsächlich letzten Weg. Und das kann man wunderbar gestalten. Und Palliativcare, da ist es eben auch wichtig für die Einrichtung, dass sie entsprechende Spezialisten haben, weil das auch von der Politik gefordert wird und auch noch mal Möglichkeiten schafft. Und es hilft eben auch den Mitarbeitern, sich mit der Thematik mehr auseinanderzusetzen. Und viele Pflegekräfte sind da sehr interessiert dran. Und Palliativcare-Fachkräfte sind hochwertvoll fürs Unternehmen, weil sie eben diesen Prozess auch dann begleiten oder auch mit den Kollegen zusammen gut gestalten können. Ein anderer Bereich ist zum Beispiel auch in der Altenpflege sehr wichtig, der Bereich der Gerontopsychiatrie. Da haben auch wir bei uns zum Beispiel so einen Weiterbildungsgang, Fachpflegekraft in der gerontopsychiatrischen Pflege, also für Pflegekräfte primär, was aber durchaus auch für Ergotherapeuten, weil da auch Schnittstellen sind, interessant sein kann. Denn wir haben ganz viel mit Demenz zu tun, mit Menschen, gerade im Alter, die eine ganz besondere Betreuung und auch einen besonderen Bedarf an Begleitung und Betreuung haben. Und das ist für die Pflegekräfte nicht einfach. Und viele haben da auch großes Interesse. Und auch diese Kräfte sind gerade in den Einrichtungen, wo viele demente Menschen leben, manchmal gibt es sogar geschützt oder geschlossene Bereiche, sehr wichtig und sehr wertvoll. Klingt ja wirklich so, wenn wir den Bogen wieder zum Anfang schlagen, dass Pflege gar keine Einbahnstraße ist, sondern ganz vielfältig, ganz unterschiedliche Karriere- und Entwicklungsmöglichkeiten. Aber dennoch ist es so, dass die Pflege trotzdem körperlich vielleicht herausfordernd ist. Was ist denn dann, wenn ich körperlich eingeschränkt bin oder vielleicht auch nach Auszeiten, durch Krankheit oder aber auch Elternzeit, wieder zurück in den Pflegeberuf möchte? Zum einen ist es ja so, dass auch je nachdem, welche Grundausbildung ich habe, habe ich natürlich immer die Möglichkeit, zurück in den Pflegeberuf zu kommen. Viele Einrichtungen und vor allen Dingen auch ambulante Pflegedienste haben zum Beispiel auch für Pflegekräfte, die schon lange im Unternehmen waren oder auch Fachkräfte, so etwas wie Mutti-Dienste eingerichtet, sage ich jetzt mal. Es heißt überall anders. Ursprünglich kennt man ja den Schichtdienst, alle fangen um sechs Uhr an bis mittags. Und das kann nicht jeder, der noch ein Familienmanagement zu betreiben hat. Und da werden schon auch Dienstkonzepte immer mehr angepasst, um auch familienfreundlicher zu sein. Und Rückkehr ist da durchaus möglich. Auch in Teilzeitstellen werden alle Türen geöffnet, weil Pflegekräfte ja auch wirklich gebraucht werden und Unternehmen mit Kusshand jemanden zurücknehmen. Natürlich sagen auch viele Menschen, langfristig möchte ich nicht in der Pflege bleiben, weil das ist ja so körperlich so furchtbar anstrengend, wie du sagst. Aber da gibt es auch viele Möglichkeiten, die Mitarbeiter zu begleiten. Zum einen machen das die Unternehmen selber, also wie auch bei uns im Gesamtunternehmen das so der Fall ist, dass es häufig ein Gesundheitsmanagement gibt, verschiedene Maßnahmen zur Gesundheitsförderung. Okay, was wären das so für Maßnahmen? Sei es, dass ein oder andere Unternehmen sagt, entweder ich zahle dir was fürs Fitnessstudio dazu oder hat vielleicht sogar einen eigenen Fitnessraum oder gar eine Physioabteilung oder Kooperationen, wo Begleitung gestaltet werden kann. Das ist das eine. Oder natürlich auch gewisse Fortbildungen, da sind wir wieder bei uns. Wie zum Beispiel Kinästhetik in der Pflege. Kinästhetik ist ein ganz wichtiger Aspekt, weil ich meine eigenen Körperbewegungen verstehe und auch damit die Belastung, aber eben auch, wie bewege ich andere Menschen. Das ist ja das, wovor auch andere alle Respekt haben. Und das heißt aber auch, wenn ich jetzt diesen kinästhetischen Aspekt vielleicht außen vorlasse, wenn ich jetzt körperlich so eingeschränkt bin, dass es gar nicht mehr geht, was hätte ich dann für Möglichkeiten noch in der Pflege? So Verwaltungstätigkeiten oder? Je nachdem, was ich vielleicht für einen Weg einschlagen möchte, ist natürlich immer mit zusätzlichen Verantwortungsbereichen auch die Möglichkeit, sich vielleicht herauszuziehen aus dem alltäglichen Pflegegeschäft. Der Pflegehelfer hat da vielleicht nicht ganz so viele Möglichkeiten, erst mal von anzustrebenden Positionen. Aber die Pflegefachkraft oder auch ein Pflegehelfer, der sagt, ich werde Pflegefachkraft, das ist ja immer mehr so, gerade in der Altenpflege, die sind ja auch administrativ und organisatorisch sehr gefordert, dass die Pflegefachkraft viel mehr den Bereich organisiert und die Pflegehelfer mehr, ich sage immer schon, auch die Spezialisten am Patienten oder am Betroffenen sind. Und wer eine Pflegefachkraft ist, hat schon mal auch mehr eine Chance auf administrative und nicht ganz so viel körperliche Belastung und belastende Tätigkeiten. Und dann natürlich, je nachdem, ob ich eine pflegefachliche Weiterbildung anstrebe, habe ich vielleicht die Chance auch auf anteilige Freistellung für neue Aufgabenbereiche. Und wenn ich im Bereich Führung gehe, dann habe ich sowieso irgendwann die Chance, weil ich ganz andere Aufgaben bekomme, dass ich dann eben nicht mehr, wie man so schön sagt, am Bett tätig bin oder nicht mehr primär. Ich bin das beste Beispiel dafür. Also ich bin von Haus aus auch Pflegekraft und habe als Pflegehelferin in der ambulanten Pflege angefangen, bevor ich meine Ausbildung vor 30 Jahren begonnen habe. Und ich bin immer noch mit Leidenschaft in der Pflegebranche. Das klingt gut. Und jetzt sitzt du hier eigentlich als Vertreterin vom ZAPP Hannover. Möchtest du uns einmal erzählen, was das ZAPP so mit sich bringt, was das ZAPP ausmacht? Genau. Also was macht uns aus? Natürlich, dass wir der Ansprechpartner sind, wenn jemand im Bereich Pflege sich weiterentwickeln möchte und da auch sehr, sehr gern unterstützen. Und mir ist besonders wichtig, dass nur, weil jemand fragt, ich möchte eine Weiterbildung buchen oder machen, dass wir nicht blind verkaufen, sondern demjenigen auch helfen wollen, dass er den für die Person richtigen Weiterbildungsgang dann eben auch tatsächlich einschlagen kann. Und da ist eben der Aspekt der Karriereberatung oder einfach auch mal eines Beratungsgespräches vorweg, bevor man bucht, sehr, sehr wertvoll. Absolut. Wahrscheinlich nicht nur in der fachlichen Weiterbildung, sondern auch finanziell, dass es sich da auch nochmal widerschlägt. Genau. Also wenn ich mehr Expertise mitbringe und mehr Expertenwissen mitbringe, bin ich natürlich auch wertvoller. Und damit auch wertvoller für mein Unternehmen. Und ob ich in die fachliche Spezialisierung gehe, und da gibt es ja sogar verschiedene Bereiche, jetzt mit unserem neuen oder weiterentwickelten Gesundheitssystem, wie im Bereich Praxisanleitung oder auch Palliativcare, wo die Unternehmen tatsächlich auch Möglichkeiten der Refinanzierung haben. Also kann ich als Pflegekraft natürlich auch da durchaus mal in Gehaltsverhandlungen gehen und habe da Möglichkeiten, weil ich ja auch mehr Wissen mitbringe und auch zusätzliche Aufgaben übernehme. Und ganz besonders habe ich natürlich, wenn ich Führungsverantwortung übernehme, auch da eine finanzielle Entwicklung. Und das wird sich gehaltsmäßig dann auch entsprechend zeigen. Klingt gut. So im Großen und Ganzen merkt man einfach, dass das auch so dein Herzensthema ist, die Aus- und Weiterbildung in der Pflege. Wie kann ich mich denn erkundigen? Wie kann ich mich weiterbilden? Ja, also Weiterbildungsinstitute sind da natürlich, so wie wir vom Zapanofer, wirklich Ansprechpartner. Wir haben zum einen einen wunderbaren Katalog, wo unser gesamtes Programmklasse aufgeführt ist, wo auch genau diese verschiedenen Entwicklungsmöglichkeiten und Richtungen aufgezeigt sind, von Kursen, Lehrgängen mit Abschlüssen, bis hin zu natürlich auch einfach nur, nur meine ich nicht abwertend, aber vom Umfang Tagesseminare oder auch Online-Seminare oder Workshops, Tagesveranstaltungen für die verschiedenen Zielgruppen. Und das findet man natürlich online auf der Homepage oder eben auch im Katalog und vor allen Dingen auch, wenn gewünscht, in der persönlichen Beratung. Häufig ist es auch so, dass Weiterbildungsinstitute wie wir auch da mit den Führungskräften im engen Kontakt sind. Und ich empfehle Pflegekräften immer, wenn die Führungskraft kommt und sagt, mach da mal diese Weiterbildung, dann ist das natürlich, weil das Unternehmen da in dem Bereich jemanden braucht und haben möchte. Aber dass auch da tatsächlich man mit der Führungskraft dann gut ins Gespräch geht und sagt, jawohl, das hat mich schon immer interessiert, danke für das Angebot, dann ist das wunderbar. Oder vielleicht auch zu sagen, wenn ich doch statt irgendwann Pflegedienstleitung lieber Experte im Wundmanagement sein möchte, auch da, und dann sind Unternehmen auch dankbar, weil sie wissen, dann haben sie zufriedene Mitarbeiter, dann eben einfach auch zu sagen, lieber Vorgesetzter, darf ich vielleicht auch in die Richtung. Und wir beraten da sehr gerne, sowohl die Vorgesetzten, was die Personalentwicklung angeht, als auch die einzelne Person, die einzelne Pflegehilfskraft oder Pflegekraft, was da für Möglichkeiten für sie sind. Klingt wirklich gut. Vielen Dank. Sehr gern. Also ich bin heute noch, möchte ich behaupten, mit Leib und Seele Krankenschwester, wenn auch nur noch im Herzen, weil ich nicht mehr am Bett bin, sondern eben jetzt gerne Wissen weitergebe oder versuche Menschen einfach auch aufzuzeigen, dass Pflege ein toller Beruf ist und man sich da wunderbar weiterentwickeln kann. Vielen Dank.